Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Meo. Wir spielen heute wieder eine Runde Escape from Tarkov. Hier geht's direkt rund. Oder auch nicht. Die haben sich's anders überlegt. Wir sind heute auf der Map Reserve, denn ich hab ne Quest. Da fahre mal einer. Und zwar besagt die Quest, ich muss escapen. Und zwar nicht nur from Tarkov, sondern auch from Reserve. Oh scheiße, der schießt auf mich, der Penner. Ne, ich will da nicht hoch, ne? Ich will da nicht hoch, denn die sehen, dass ich da hochgehe und dann bin ich da oben gefangen. So machen wir das nisch. Ich fühl mich hier nicht so sicher. Aus irgendeinem Grund. Nö, mag ich noch nicht. So, wo kommen wir hier raus? Wo sind wir überhaupt? Hermetisch, bla bla, scap bla, Kanalschacht, bla. Ah, ich weiß, wo wir sind. Klippenabstieg ist hier in der Nähe. Der hat mich gewohnt, Alter. Krass. Was für ein mieser Penner. Spottet Hamster. Da haben wir einen gemütlichen Rambo-Spaziergang durchgemacht. Tappt, äh, one-tappt da die Leute weg. Nice. Wir versuchen das direkt nochmal. Bis gleich. So, da werden wir wieder. Wieder Reserve. Wieder mit dem Ziel zu escapen. Okay. Muss mich ein bisschen zurechtfinden. Hier gibt es nix, was ich aufmachen kann. Nö. Ich glaube, ich will erstmal hier hoch. Das ist ein fettes MG. Nice. Ziehen wir direkt an. Okay. Hm. 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 Ich hab' überhaupt keine Ahnung, wo ich hin muss, ne? Ähm. D2, das war unterirdisch. Klippenabstieg. Das war da hinten bei dieser Kugel. Was hatten wir noch? Äh, Herr Mitsch, Bunkertür. Okay, sehe ich. Ein Kanalschacht. Ich hab' hier ne, ne Karte auf und darum. Guck' ich so'n bisschen nach rechts. Hm. Wo zum Teufel bin ich? Wir könnten ja. Wir könnten, und das glaube ich, machen wir auch. in die Richtung von diesem, was, was auch immer das sein soll, ob, hm, was, was ist das, ein Radar oder ein Observatorium oder so? Ach, wenn wenn du sie eigentlich nicht wieder gehen willst. So. Der miese Penner! Da richtig getroffen. Nun, unsere Pläne haben sich gerade geändert. Bevor ich hier wegrenne, ne? Lohnt es noch. Ich meine, darum sind wir da. Mit einer Waffe, Baby? Ne, doch nicht. Scheiße. Okay, aber jetzt. Schnelly. Nun, wir gehen jetzt irgendwo anders hin. Ich habe den nicht mal gesehen. Ich habe den Schuss ankommen sehen. Schmeißen wir uns gleich hierhin. Da wird direkt den rechten Arm weggeschossen. Okay, nice. Ich glaube auch, ich weiß, wo wir sind. Ja. Schauen wir mal. Ja, doch. Ich weiß, wo wir sind. Jetzt laufen wir hier entlang und dann kommen wir in Richtung von diesen hermetischen Türen, oder nicht? Nee, stimmt nicht. Da müssen wir in die Richtung scheiße gelaufen. Genau in die falsche Richtung. Oder? Ich bin verwirrt. Ja, wir laufen in die falsche Richtung. Dann gehen wir doch zu diesem Observatoriums-Radar-Ding. Und zwar außenrum. Nee. Ich bin überzeugt. Das ist genau da, wo wir letzte Runde auch waren. Oh, ich glaube auf Resurf geht's richtig rund, ey. Die Map ist nicht so groß. Ich glaube da geht's richtig rund. Einfach mal stehen bleiben. Also eigentlich bin ich hier stehen, die Blühungen zu lauschen. Okay, rechts geht's rund. Die sind gerade beschäftigt. Die Chance nutzen wir. Sehen wir irgendjemanden, können wir irgendjemanden von hinten weg snipen? Ne. Kurz lauschen. Laufen, laufen, laufen. Hmm. Hier ist doch alles voll mit Scabs, oder nicht? Da ist noch ne Kiste, ich muss, ich muss looten, kann nicht anders. Okay, schnell. Psst. Hm. Laber nicht, ich brauche Zeug, um hier zu escapen, oder was? Ach komm schon. So ne Scheiße. Jetzt mal Tür aufmachen. Das ist natürlich bitter jetzt. Oh, das war ne Handgranate. Okay. 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 Jemand Jetzt wo ich meinen Glücksschnurri brauche, habe ich ihn nicht mehr. Nee, der verwirklicht sich da draußen mit Granaten, aber das bringt nichts. Okay, vielleicht bringt es doch was. Okay. 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 Jetzt ganz ganz ans. Okay. 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 Uh, was ist das denn? Mhm. Wir sind verfickter Killer. Was ist das denn? Okay. Den gehen wir auf jeden Fall mal looten. Ich will gucken, ob das ein Spieler war. Oder ein Bot, aber ich glaube fast, dass das ein Spieler war. Hm. Oh, nice. Da kann man auch schön raus, machen wir gleich. Das machen wir gleich. Hm. 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 Da kann man auch von außen hin. Okay. Also, würden wir jetzt Daisy spielen, gäbe es hier oben eine krasse Sniperwaffe. Okay, keine Sniperwaffe. Aber immerhin. Immerhin etwas. Ist hier noch was? Was ist denn da drüben? Okay. Okay. Da gehen wir direkt hin. Da gehen wir gleich hin. Den naschen wir uns. Wie ist denn der da hochgekommen da hin? Okay. Okay. Da fällt mir ein. Und laden. Und laden. Wir gehen da außen rum. Ich habe nämlich keinen Bock wieder durchs ganze Gebäude zu gehen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass ich mit dem anderen Typen... dass wir quasi die einzigen waren, die auf die Idee gekommen sind, hier rein zu gehen. Okay. Er will nur gehen. Der schießt... Der schießt mir... Ach! Ach! Scheiße. Ich habe keinen S Mark mit eingepackt. Ich bin aber auch dumm ne? Und ich habe kein neues Verbandsset. Gut, ich spiele heute Hard Mode. Gut, ich spiele heute. Gut, ich spiele heute. Gut, ich spiele heute. Geh doch da raus. Steht der da jetzt? Das wäre richtig bitter gewesen. Ich will da oben an die Leiche ran. Mensch, das wird wahrscheinlich auch nur Verbandszeug. Okay. 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 Hmm. Lieber das 30-Schuss-Magazin. Aus Gründen. Ach scheiße, da komm ich nicht hoch. Das ist ein Skeff-Spieler wahrscheinlich gewesen. Höllkrassbister da hochgekommen. Hä? War das auch ein... Ja, das war... Kann das auch ein... ein Skeff gewesen sein? Das ist ein Skeff, der da spawnt. Kann das sein? Alter, wie zum Teufel kommst du da hoch? Kein Schuss mehr drin gehabt. S-Mark hätte ich vorhin gebrauchen können, ja nice. Jetzt gucken wir mal. Wo? Also die... Mavis doch größer als ich gedacht hab. Also zumindest gibt's hier mehr Sachen als ich gedacht hab. Hermetisch Bunkertür. Oh, das war irgendwo unten und ich weiß nicht, wie ich da runter komm. Oh nice. Also D2 war irgendwo unten. Kanalschacht. Das ist der Kanalschacht. Das Manhole auf der Map. Gehen wir einfach mal. Das ist der Kanalschacht. North Checkpoint. Das könnte der da sein. Oder zumindest das, was wir da sehen, ja. Dann ist es Manhole so in die Richtung. Brauch ich irgendwas? Ja, ich brauch was zu essen. Und was zu trinken. Ich cms mir das jetzt nicht hoch, weil wär dumm. Kann ich eh nix mit anfangen. Mit einem HP. Boah, ich bin voll im offenen, ne? Übel. Offenes Gelände ist nicht so meins, Mama. Aber hier ist irgendwo dieses Manhole-Ding. Oder? Ich hab einen Step gehört. Was war Leute. Kann ich selber wissen? Nur. Oh, ich hab einen. Der kann nicht nerven. Dann wird etwas. Hh. Wie geht es? Der kann nicht. Das. Wir haben eine auszögerung. Kann ich es? Wie geht es? Hat sich da gerade jemand bewegt oder habe ich mir das eingebildet? Nee, habe ich mir nicht eingebildet. Der liegt jetzt auf der anderen Straßenseite im Busch und wartet bis ich aufstehe und ich warte bis er aufsteht. Helal. Ich sagte, wie es ist, habe ich gar keinen Bock. Wir machen das anders. Tschüssi. Tschüssi. Oh, nadehückung nochmal. Oh, nadehückung nochmal. Oh, nadehückung ernst. Und dann 20 F zu hören. Wir machen jetzt aber die Querfeldeintour. Ne, doch nicht. Oh, fuck. Da hat er mich erschossen. Oh, ich wollte in den Busch gehen und dann wollte ich, oh, ich wollte nicht sterben. Eigentlich wollte ich den Zug erwischen. Da wäre man nämlich gar nicht so weit weg gewesen von. Schade. Jetzt bin ich mal gespannt, wen wir so erschossen haben. Doch, einen Spieler haben wir getötet. Nice. Nice. Das war der erste. Der Sniper war tatsächlich ein Spieler. Und dann war es ein Skeff. Also, wir haben die Quest zwar nicht gepackt, aber es war doch spannend. Hat doch Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann gerne ein Like, gerne ein Abo da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.